Es waren eine Zeit lang auf Platz 15 der deutschen YouTube-Trends, das war komplett unfassbar. Und dann moinzen zu einem Video, in dem ich einfach mal kurz die Saison sacken lassen will, auch mal kurz innehalten muss fast. Und eben auch einfach, wie ich schon mal ein paar Mal gemacht habe, auch als Video schon, einfach mal Danke sagen will nochmal. Wir gehen die Saison durch, ich gehe vor allem natürlich auch wieder auf Zahlen ein und so weiter, also das soll überhaupt nicht. Ich meine, ich mache mir keine Sorgen, dass ihr so von mir denkt, so komme ich hoffentlich nicht rüber, aber es soll hier überhaupt nicht als Flex rüberkommen oder was auch immer. Ich nenne ja natürlich Zahlen von der Phase vom 24.05., also quasi Ende der letzten Saison, zu 2021 eben bis jetzt zum 24.05.2022. In dieser Phase haben wir fast 750.000 Aufrufe gesammelt und das, was somit am meisten raussticht, sind die Abonnentenzahlen. Da waren wir scheinbar am Saison in letztes Jahr bei 1.600, weil wir haben diese Saison fast 2.700, über 2.700 Abonnenten dazu gewonnen. Sehr, sehr krank, sind jetzt bei über 4.300 Abonnenten angekommen. Die Top 5 der Videos, aufrufemäßig natürlich, dominiert von Stadion Vlogs, klare Geschichte. Auf Platz 5, Kreuter Fürth Vlog, das 5 zu 1. 1. Spieltag der neuen Saison und direkt kommt da die Bombe mit 26.000 Aufrufen mittlerweile. Das war für damalige Verhältnisse, auch vor allem wie schnell diese Aufrufe kamen, komplett neu. Das hat mich damals schon komplett weggeschallert, das Ding. Mainz haben wir mit 27.000, danach Augsburg 37.000 und dann eben bis Köln kam der bisherige Top-Wert Gladbach, 49.000, fast 50.000 mittlerweile. Und dann kam eben Köln, dann kam Köln. Ich dachte schon, Gladbach bricht alle Rekorde so, mehr wird diese Saison einfach nicht mehr. Und dann kommt Köln mit aktuell ca. 140.000 Aufrufen. Wir waren eine Zeit lang auf Platz 15 der deutschen YouTube-Trends, das war komplett unfassbar. Was natürlich gerade bei den großen Aufrufzahlen immer natürlich noch zu verbessern ist generell. Gerade bei Stadion Vlogs auch sieht man das immer wieder analytisch quasi, die Wiedergabezeit in diesem einen Jahr eben kommt zu 77% von Nicht-Abonnenten. Also jeder, der hier guckt, aber noch nicht gedrückt hat, macht dieses kostenlose Abo-Ding von Rot zu Grau. Das ist glaube ich, lasst einfach mal ein Abo da. Auch wenn es die Fan-Rückkehr gab, wir haben natürlich trotzdem oft genug gestreamt so, da der absolute Rekord bisher gewesen, das München-Spiel. Also 4 zu 0 verloren damals in der letzten Saison mit 275 Live-Zuschauern, also maximal so gleichzeitig. Dann kam diese Saison der Reaction, die Watch-Along-Stream zur WM-Gruppenphase. Hab nochmal reingeschaut, 633 Zuschauer waren wir da am höchsten Punkt, was auch komplett surreal war. Wie gesagt, mittlerweile über 4.300 Abonnenten am Start. Und was wir auch geknackt haben, sind die 1.000.000 Klicks, also gesamt auf alle Videos, die ich auf dem Kanal habe, so Gesamtkanalaufrufe, auch völlig verrückt. Was ich auch nicht vergessen darf, sind auch die Mitglieder. Wir haben glaube ich aktuell so grob 15 Stück, also vielen Dank an jeden, der hier am Start ist, weil das eben nochmal der Schritt mehr. Das ist alles kostenlos, ihr könnt das alles kostenlos gucken, kostenlos abonnieren, ein Like da lassen und so weiter. Mitgliedschaft, Donations, das ist alles freiwillig so, das muss hier keiner machen. YouTube hat einen Grund und ist gut so, dass es kostenlos ist, deswegen danke an jeden, der hier trotzdem als VIP-Mitglied am Start ist, im Stehblog, im Sitzblog, wie auch immer. Und natürlich, wie gesagt, auch Thema Donations an jeden, der da donatet hat, vielen, vielen Dank. Trotzdem muss hier das Bonus-Danke, das spezielle Danke an Luis Boris Zimmermann raus. Absolute Kanallegende, der hier immer wieder absoluten Wahnsinnsspenden reinkommt, also vielen, vielen Dank, ein riesen Dankeschön in die Richtung. Jetzt sind es dann auch grob sechs Jahre schon auf YouTube bei mir, das ist ja so ein bisschen der Unterschied, vielleicht auch zu Kollegen von mir auf YouTube. Ich hatte jetzt nicht so einen rasanten Aufstieg in einem Jahr oder irgendwie einen stetigen Zuwachs in zwei Jahren oder sowas. Nee, so die ersten paar Jährchen, muss man einfach mal jetzt vergleichend sagen, lief ja wirklich recht wenig so. Also so richtig gestartet ist es ja dann auch bei mir so ab Mai 2020 grob, diese Lockdown-Streams, dann quasi die Reaction-Streams ab da, ging es dann auch richtig bergab auf einmal und jetzt, aber letzte Saison sowieso, gerade die Schlussphase letzten Saison, der Support da war völlig krank, sowas ganz, ganz Neues. Das Köln-Video zum Beispiel, ein absolutes Highlight bisher, ist ja ganz klare Geschichte, deswegen finde ich auch das irgendwie dann trotzdem nochmal doppelt und dreifach geil, wenn man eben auch sowas ewig macht so und dann irgendwann zahlt es sich aus so, irgendwann zahlt es sich aus. Ich muss ja auch so sagen, auch rein finanziell, ich kann mir durch die meisten Stadion-Vlogs oder generell den Kanal mittlerweile so ziemlich, ja, die VfB-Tickets und sowas wieder refinanzieren, das auf jeden Fall. Da kommt wirklich ein netter Nebenbetrag, sag ich mal, bei Rumso, immer noch nichts wie Nebenjob oder so, ne, überhaupt nicht. Aber trotzdem einfach cool mit dem Hobby dann tatsächlich auch mal ein bisschen was zu machen und sich dadurch quasi mit dem Hobby, dein Hobby, deine Leidenschaft quasi finanzieren zu können, nach dann sechs Jahren. Ich finde es dann irgendwie wirklich was absolut Besonderes, so gerade wenn es eben dann länger gedauert hat und dann irgendwann dieser Durchbruch dann kommt quasi, wenn man es so nennen will. Und man merkt natürlich diese Abonnentenzahl natürlich auch dann nochmal einfach im echten Leben so, weil das ist virtuell. Wir quatschen ja über einen Chat, über Livestreams, ich quatsche hier in die Kamera, ich quatsche in die Linse rein, aber man merkt halt schon, das sind nicht mehr, keine Ahnung, 300, 400, wie es damals noch waren oder 500 oder sowas, 220 dann, wo ich diesen Punkt genannt habe, wo es ab da quasi hochging, wir sind zwar über 4.000. Und ich merke das immer wieder in Stadien, das muss gar nicht in Stuttgart gewesen sein, in Frankfurt, in Hoffenheim, jetzt auch die Mädels von der VfB-Meme-Page in Berlin getroffen am Fanclub, aber jetzt gerade auch wieder hier das Beispiel zu nennen, das Köln-Ding, vor dem Eingangsschrunk, quasi beim Ticket-Einlass schon zwei, drei Leute eingequatscht waren, natürlich dann absolut beim, der Blattsturm war wild, also beim Blattsturm war es sehr, sehr wild, wirklich acht, neun Leute auf mich zugekommen, ein paar wirklich geile Bilder auch dabei, ich habe ja die meisten Sachen repostet bei einer Story, das war dann einfach wirklich komplett wild, was jetzt auch ein erstes Mal war und irgendwie auch was Spezielles war, natürlich keinen Namen so, aber eine Insta-DM bekommen vor ein, zwei Tagen, dass zwei Kollegen hier den Kanal feiern, erstmal das sehr geil und dass der eine Kollege quasi gesagt hat, ey, es wäre was Besonderes, quatscht doch meinem Kollegen, der wird 18, quatscht ihm doch mal was aufs Band, quatscht ihm den Sprachnemo hin, so als Geburtstagsding, wünscht ihm alles Gute, das wäre was Besonderes und das ist irgendwie, keine Ahnung, das kann ich so gar nicht beschreiten, das ist wirklich, ich bleibe beim Wort, das ist wirklich einfach was Besonderes so, was da mittlerweile geht und wie oft man da auch erkannt wird und angesprochen wird und so weiter, was einem entgegenkommt, eben wirklich auch in Echt halt, ne, nicht nur virtuell. Also auf jeden Fall vielen Dank für das, was hier alles so passiert so, ich bin glaube ich nicht der Beste, das irgendwie in Worte zu fassen, merke ich gerade auch selber bei der Aufnahme so, aber natürlich auch die Zeit dafür, für Feedback, ne, was war gut die Saison, auch an Formaten, was nicht, so was braucht der Kanal nicht oder was schaut ihr nicht so gerne und natürlich auch, was wollt ihr weiterhin sehen oder was wollt ihr auch Neues sehen, so, lasst einfach Feedback in den Kommentaren über Formate, über generell über Infos, da kann man Formate ja auch abspecken oder eben noch was in Formate mit reinpacken, was wäre für Vlogs noch geil, was kann man aus Vlogs rauslassen, ne, so Geschichten, sehr gerne rein mit dem Feedback und ihr dürft noch was tun, nämlich abstimmen, ich habe ja viele Votings gemacht im Community Tab zur Saison, wie letzte Saison auch schon, zur VfB-Saison, zu Spielern, Spielen und so weiter, da gerne weiter in Abstimmung, habe ich da richtig ordentlich Stimmen drin für eben dann das Video, wo ich dann berichte, wer so die Kategorien gewonnen hat oder wen ihr gevotet habt, besser gesagt und auch sehr gerne, ich war jetzt erstmal Stadionvlog mit Ansbach, ist mir irgendwie auch persönlich ein Anliegen, fand ich schon sehr, sehr feierbar, deswegen sehr gerne, push da ein bisschen rein, dass das Ding ein paar mehr Aufrufe bekommt, hier die schöne Aufstiegsvlog von meiner Unistadt hier und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, wie eben am Ende von jedem Video und natürlich hier mit dem Video auch generell gemeint, also seitdem ihr zuschaut, seitdem ihr beim Kanal am Start seid, interagiert, wie auch immer, für alles quasi, danke fürs Zuschauen, aber natürlich auch für dieses Video, bedanke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020